Schönen guten Tag, liebe Zuschauer von unserem YouTube IndesMed-Channel. Heute werden wir sprechen über die Kapseln und ich möchte gerne vorstellen ein paar Neuigkeiten, die wir in IndesMed in Bezug auf unsere Kapseln haben. Wie Sie schon wahrscheinlich wissen, unsere traditionelle Kapsel ist hier die schwarze von IndesMed und die orange. Das sind die Kapseln, die wir seit vielen Jahren vertreiben und liefern mit unseren Krücken. Jetzt ein neues Programm seit ein paar Monaten sind, erstmal ist die Farbe Lila, hier, das ist die IndesMed-Kapsel. Die neue Farbe Lila passen zu unseren Lila-Alu-Stutzen. Und dann, seit ein paar Monaten auch neu im Programm, sind unsere R-Kapseln. Die sind, wie Sie sehen können, die sind ein bisschen dicker als die traditionelle von IndesMed. Die sind auch rutschfestig, so sagen extrem rutschfestig, wobei, wie Sie sehen können, die sind anders gebaut. Die traditionelle Kapseln von IndesMed hat diese Glocke-ähnliches Bauweise hier. Während die R-Kapsel anders ist, ist mehr flat. Aber es ist trotzdem rutschfestig. Passt auch, auch wenn die Öffnung rund ist, passt ganz genau zu den IndesMed-Stutzrohren. So, das sind die Neuigkeiten, das sind also die neuen Farben, die Lila-Farben und die R-Kapseln. Und wir können so sagen, dass mit diesen neuen Farben und mit diesen neuen Modellen sind wir besser ausgestattet und mehr Sicherheit und bessere Optik an unsere Stutzen zu geben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie einfach sich bei uns melden, per E-Mail oder per Telefon. Sind wir immer gerne bereit, Beratung anzubieten. Und damit verabschieden wir uns, bis zum nächsten Video von der YouTube-Channel von IndesMed. Okay, bis dann, tschüss. Okay, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.